Ja, soll ich jetzt irgendwie so eine Scheune suchen oder auf das große Anwesen gehen? Oh, scheiße, das ist ja nochmal einer. Ist das gut oder schlecht? Alarm ausgelöst. Santana flieht in einem Humvee, in südlicher Richtung. Shit, du hast es vermasselt. Jeha, ich habe es vermasselt. So, jetzt sind wir wieder da. Genau in der Position, wo wir nicht wissen, was wir tun sollten. So, von da sind wir nicht mehr. In der Scheune waren wir schon. Ja, ganz toll, sehr toll gemacht. Sparen wir uns 5 Sekunden Laufweg. Wow, wow, wow. Hier geht es ja runter. Oh, warum habe ich keinen Wegpunkt? Warum, warum, warum? So, bist du der Einzige hier? Oh je. Ah, das ist ja die gleiche Brücke. Okay. Fuck, du hast Alarm ausgelöst. Toll. Santana flieht in einem Humvee, in südlicher Richtung. Shit, du hast es vermasselt. Zum zweiten Mal. Was laufen die zwei eigentlich hin? Ja, komm, hey, wie schnell denn das? Wo ist denn die Hütte nachher vielleicht? Shit, du hast es vermasselt. Ja, Mann. Jetzt fangen wir gleich an wie vorher. So, dann. Oh, 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 oh. Ich sehe nämlich nicht. So, leider jetzt. Laufen wir da hoch. Oh, 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 oh. Woah, oh, oh, oh. Ah. Oh, 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 oh. So. Aber in diese Scheune oder da rein? Geht es denn da rein? Vorne. da ist jemand da gehen wir mal schnell weg das habe ich noch nie gesehen dass da einer rumhockt ok schon wieder etwas neues dazugelernt hocken die gegner ja es war wohl nix dann ja zurück in ihr gebiet Oh, ja. Halt dein Gusch! Vielleicht da oben? Tepper, hepper, hopp, hopsasser. Ja, komm hoch. Da kommt jemand! Versteck dich! Wo kommt jemand? Schuh, schuh, schuh. Aber wenn ihr da was sagt, dann sieht es mal gut aus, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Hey, ich hab nen Wegpunkt! Cool. Endlich mal wieder. Vor der Scheune sind drei Soldaten, aber sie ziehen ab. Warte einfach. Ich geb dir Bescheid, wenn die Luft rein ist. Roger. Da waren die drei Stück. Okay, alles sauber. Geh weiter, aber sei vorsichtig. Da sind immer noch zwei Typen hinter der Scheune. Roger. Da sind ja auch zwei. Von hinten kommt auch noch einer. So wie ich das höre. Ja, toll. Ich bin schon wieder. Oh, ist doch von ganz da vorne wieder. Oh, ist doch von ganz da vorne wieder. Wären wir doch bloß vorsichtig gewesen. Wären wir doch bloß vorsichtig gewesen. Da kommt jemand! Versteck dich! Wow. Ja, sehe ich nix. Vor der Scheune sind drei Soldaten, aber sie ziehen ab. Warte einfach. Ich geb dir Bescheid, wenn die Luft rein ist. Okay, alles sauber. Geh weiter, aber sei vorsichtig. Da sind immer noch zwei Typen hinter der Scheune. Roger. So, die da hinten sehen mich nicht mehr. Waaahhh. Waaahhh. Ich bin gerade mitten in einen Rhein gerannt. Danke fürs Aufpassen. Nee. Der muss sich irgendwo versteckt haben. Und selbst ich hab keinen Röntgenblick, also nerv mich nicht. Geh einfach rein und erzähl mir, was du siehst. Verstand. Ich sehe gerade einen Weihnachtsmann, du Depp. Fuck, du hast Alarm ausgelöst. Was? Alarm ausgelöst. Da, hier Alarm ausgelöst. Ohhhh. Du hast es vermasselt. Ja, hallo. Stand da nur da und dann sagt der, an dem Ausgelöst. Ohhhh. 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 So, laufen wir wieder so rum. Kennen wir ja alles schon. Oh ja, jetzt schnaufe zu. Oh. 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 Da geht's hoch. Da kommt jemand. Versteck dich. Jaaaa. Haha! Ach, da habe ich schon wieder Alarm ausgelöst oder was. Balken war doch grad rot. Das war jetzt der Typ, wo da drin war. Denke ich mal. So, dahinten gehen wir mal lieber nicht. Oh, hallo. Ja. Achso, davor. Na, endlich. Bin in Position. Ich habe das Gebiet im Blick. Okay, ich warte auf Infos. Und ich warte auf Speichern. Lokalisiere das Ziel. Ja, einer von denen halt. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Boah, was stehen da? Fuck. Ich habe ihn verloren. Such ihn. Wir lassen das Arschloch nicht auf Wahlen kommen. Santana hat mit zwei Männern geredet. Die Kerle sahen wichtig aus. Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Mach ein Foto und schick es ans Hauptquartier. Roger. Foto. Mother Two, hier Alpha Nine. Razer Six Four hat zwei Personen im Umfeld des Ziels ausgemacht. Er schickt ihnen ihr Foto. Erwarten weitere Instruktionen. Over. Alpha Nine, hier Mother Two. Bestätigt. Was bestätigt? Sagen wir mal in Zwisch. Alpha Nine, hier Mother Two. Wir haben Informationen über die Männer auf dem Foto. Der Herr rechts ist José Gonzalo Garcia, Boss eines Drogenkartells in Chihuahua. Er ist für den Tod von 154 Menschen verantwortlich, darunter auch Soldaten und Polizisten. Der andere ist ein Drogenbaron, Pablo Hernandez, gesucht wegen Schmuggels und Führung einer kriminellen Organisation. Ihm gehört auch das Anwesen. Santana braucht Geld. Sie versuchen vermutlich Einfluss zu gewinnen und den Drogenschmuggel nach Mexiko und in die USA zu etablieren. Schalten Sie beide aus, wenn sich Ihnen die Möglichkeit bietet. Priorität hat aber Santana. Er darf auf keinen Fall entkommen. Okay. Bestätigt Mother Two. Over and out. Jetzt gibt es wieder das Scharfschützengewehr. Ich muss mir sagen, ich habe nicht getroffen. Ei, ja nein. Was geht denn jetzt ab? Nee, jetzt ab. Schfst. Bah. Einer wäre erledigt, aber der zweite ist geflohen und außer Reichweite. Ich sehe ihn. Er versucht zu entkommen. Die Soldaten geben ihn Deckung. Schmugg ihn aus. Sofort. Oh, jetzt komm. Na, jetzt muss er nachladen hier. Oh, jetzt stärkt er da rein. Du hast vermasselt. 5 mal auf den geschossen und nur